so das zweite teil wir machen jetzt weiter mit film credits oder der outro von jeder film so wie es eigentlich sein sollte ja und damit es ein bisschen schöner wird haben wir angefangen beginn noch mal zurück hier mit schrafen solar das ist als beispiel weil ich die für ein kunde fertig machen musste sehen wir ja eigentlich was wir hier machen wollen also wir haben der linke seite in teil 1 gemacht deshalb kommen wir jetzt automatisch auf teil 2 der rechte seite und da geht es hauptsächlich um die texten dafür müssen wir also dementsprechend auch in der text editor wir nehmen in dieser frau einfach unsere standard text editor sie können natürlich auch auf his hier auch lief oder new blue zugreifen anklang welche sie ja lieben ja wenn wir hier der titel haben können wir jetzt einer der funds auswählen diese funds können sie natürlich jederzeit ändern ich klicke einfach doppelt auf den fund die ich haben möchte geben einmal mit maus in die schwarze fläche und gebe hier mal test ein und dementsprechend wird es hier dargestellt sie wissen ja die darstellung ist relativ schlecht im vergleich zum original nachher also keine panik das ändert sich ja gut sie wählen den fund aus das heißt sie können die ganze liste hier durchgehen ich glaube nicht dass heute erklären muss ich habe für mich dann den fund hier schon abgelegt die ich verwende möchte und das hier ist die zweite es geht ja darum dass wir als allererste dieses blend so erzeugen muss das ist ein eigener fund in dieser frau aber hier den komp von benutzt und das ist also diese hier würde ich den anklicken ändert sich dementsprechend der titel so wie ich es haben möchte die größe bestimmen natürlich ich würde hier eher mit den 72 erarbeiten und erst mal dann die titel dementsprechend ändern das ist in dieser frau blend so also block heizkraftwerk energie speicher und solar dafür steht und diese kann ich jetzt dementsprechend positionieren wie ich es haben möchte für mich kommt er erst mal hier in der mitte und kann dementsprechend dann angepasst werden auf die größe die ich haben möchte ja das ist erstmal die erste vergang man kann ja noch sagen dass ich speichern unter benutzen möchte oder eben speichern wenn benutzen hier mal einfach das speichern ich brauche es nicht in der titel deshalb schiebe ich es mal nach oben dadurch verschwinde auch die in und eingang die brauche ich auch nicht so und hier haben wir unsere blend so das heißt würde ich es hier über den geschichte setzen stets nur noch falls das ist aber über die layout überhaupt kein problem hier können wir wieder nach als verfahren gehen wo möchtest es hin haben ist das erst mal im moment hier und können uns dann dementsprechend um der zweite text kümmern diese text kopieren wir mal aus dem titel ein produkt von strafen solar einfach durch hier in der graue feld zu klicken als neue stil speichern wir haben jetzt wieder ein titel nehmen wir wieder der nächste angeben wohin und hier brauche ich den aldrich fund also sie können im prinzip jederzeit neue layouts erstellen einfach durch hier in der graue feld zu klicken als neue stil speichern klicken und sie haben einen neuen stil egal was sie hier ändern dementsprechend kann man das anpassen gut ich habe hier jetzt mein ein produkt von strafen solar das ist natürlich ein bisschen zu groß ich würde hier jetzt ein 36er ich denke das wird ausreichen und dementsprechend dass hier anpassen wichtig ist dass sie das im prinzip ein bisschen mittig setzen wollen weil wir nachher mit der layouter das ganze auch noch ändern möchten so haben hier jetzt den zweiten den speichern wieder und die nach oben und dementsprechend können wir den auch schon wieder verschieben da wo man stehen haben möchte verkleinern ist nie ein problem sollte also gehen so und dann haben wir natürlich die andere beide noch das heißt ich habe zwei teile daraus gemacht wie sie das machen bestimmen sie wieder wir müssen jetzt die also ich kopiere jetzt wieder den text die ich haben möchte und ich kopiere jetzt diese teil wieder ich den nach hinten und klicke hier wieder rein und rauf und das ganze wieder rein zu holen ja das ist natürlich viel zu groß auch hier wieder so das ist die erste geschichte und wenn sie bei mir mal genauer geguckt haben ist die produzent produktion et cetera etwas dicker das habe ich dadurch erreicht dass ich zusätzlich noch die schrift eine umrandung mitgegeben habe das heißt einmal rein klicken in den bereich die sie ändern möchten und die kontur jetzt wenn man ruhig auf 1 speichern wieder und guck es das an jetzt sieht es einigermaßen gut aus wichtig ist hierbei natürlich dass wir noch was ändern müssen nämlich im moment ist alles rechtsbündig und das kommt hier natürlich nicht so gut weil wir im prinzip zwei teile haben und diese bereich sollte dann der layout her in der ausrichtung rechts sein hier aus ja hier geht's wunderbar so das heißt wir haben jetzt an der rechten seite die ganze geschichte stehen und so sollte es eigentlich auch werden wenn wir das hier gucken sehen wir ja an der rechten seite das ist bündig ist gut das gleiche müssen wir noch mal für unsere rechte seite sehen das heißt das machen wir jetzt mal hier die schnelle titel com web control c ein klicken control v wir haben ein 26 schrift und stellen den erstmal hier wieder mittig das können wir ja nachher korrigieren innerhalb der layout her wichtig ist dass sie die gleiche schrift punkte nehmen damit keine versatz oder der gleiche entsteht und die kann ja wirklich jetzt weg würde ich sagen und auch dies speichern wir ab legen den über den anderen gucken uns das man sieht schon gar nicht schlecht aus ja wenn sie also die gleiche größe einhalten kann man das relativ gut ja austricksen das ist das ist das ist das ist Untertitelung des ZDF, 2020